Im folgenden Versuch wird eine Kerze zwischen zwei geladenen Kondensatorplatten platziert. Sie fragen sich nun, was die Kerze dort verloren hat? Der verblüffende Effekt, dass sich die Kerzenflamme neigt, erklärt sich wie folgt. Der Kondensator wird im Ausgangszustand auf einige tausend Volt aufgeladen. Wenn man nun die Kerze zwischen den Platten platziert, neigt sich die Flamme in Richtung der negativ geladenen Kondensatorplatte. Warum also? Die Kerzenflamme ist ein Plasma. Das heißt, darin befinden sich negativ geladene Elektronen und positiv geladene Ionen. Die frei beweglichen Elektronen werden sofort zur positiv geladenen Plattenseite abgesaugt. Die Kerzenflamme besteht dann aber nur mehr aus positiv geladenen Ionen, die dann zur negativ geladenen Plattenseite gezogen werden. Sie sehen also, nicht nur durch Luftverwirbelungen bringt man eine Kerzenflamme in Bewegung, sondern auch durch elektrische Feldstärke. Ich habe hier einen Kondensator. Diesen Kondensator werde ich aufladen, indem ich einen Kunststoffstoff, auf einem Tierfellreibe und zeige auf einem Elektrometer hier, dass Ladungen drauf sind. Das Elektrometer gibt einen Ausschlag. Dieses Elektrometer müssen Sie sich anschauen. Das hat jetzt einen Ausschlag der Kondensator. Jetzt stelle ich die Kerze rein und die Kerze ist ein Plasma und die ganzen Ladungen sind schon weg. Ich habe hier drinnen die Luft jetzt leitfähig gemacht. Jetzt stelle ich die Kerze rein und die Kerze ist ein Plasma und die ganzen Ladungen sind weg. Ich habe hier drinnen die Kerze hier hinein und schalte das Ganze um. Und zwar gehe ich jetzt auf einen Van der Graaf, nicht auf einen Van der Graaf, sondern auf eine Influenzmaschine. Hier ist eine Influenzmaschine. Ich mache wieder sehr hohe Spannungen. So, eine Seite ist Plus, eine Seite ist Minus. Die Elektronen sind sehr leicht bewährlich, sind negativ und gehen auf die positive Seite. Das heißt, die restliche Flamme ist positiv geladen und geht auf die negative Seite. Und schauen wir ob das stimmt. Okay, die Sie ist nach rechts gegangen und der Kondensator ist entladen. Passt!